Ja, einen wunderschönen guten Hallo Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück auf meinen Kanal. Und diesmal, wie ihr es vielleicht bemerkt haben werdet, spielen wir mal eine Runde in der Back for Blood Beta. Und mal gucken. Also ich freue mich schon auf das Spiel und bin mal ganz entspannt, genau, ganz gespannt, was uns dabei erwartet. Wenn meine Stimme zwischendurch ein bisschen komisch klingt, lag es jetzt hauptsächlich daran, dass ich meinen Timer mal wieder starten musste, damit ich die Folgen nicht zu lange mache. Die Beta wird jetzt einfach nur ein bisschen mal nebenbei sein, also eher im Format LPZ, Let's Play zwischendurch, was jetzt nicht mit den Hauptvideos zu tun hat. Das wird sich dann ändern, wenn ich das Spiel dann mal komplett zur Verfügung habe. Okay, dann schauen wir uns mal um. Nachschublinien, Vorratspunkt, okay. Wir sollen unsere Punkte ausgeben. Alles klar, was haben wir denn hier? Quick Play, Kampagne versus Willkommen zur Beta. Ah ja, will jetzt vor, naja, nach Schublinien. Aha, der Streifen, 0,5 freigeschalten. Wenn du nach Ausrüstung oder Spaß suchst, ist der Streifen genau das, was du brauchst. Aha, aber ist alles noch blockiert. Und, ja, tut mir leid, dass ich euch da gerade jetzt so reinschmeiße, aber, ja, so fängt halt die Beta an. Gut, wisst ihr was? Kampagne. Durchlauf. Okay, dann erstellen wir mal Crossplay aktivieren. So, können wir machen. Kampagne. Akt 1. Wiederauferstehung. Suche nach Spielern. Okay, es wird auf den Server gewartet. Mhm. Ah ja, sieht gut aus. Na, dann lassen wir uns mal überraschen, was auf uns zukommt. Akt 1. Wiederauferstehung. Okay. Okay, dann, wen nehmen wir denn? Ah, Hoffmann, ja, natürlich, Hoffmann geht nicht. Ah, Holly. Ist eine hübsche. Ah, nehmen wir ihn. Wiederauferstehung. Ein Deck. Okay, Anfänger, mehr habe ich nicht. Jetzt, äh, okay. Erst umschalten. Okay. Na, dann wollen wir mal gucken. Einfach mal rein in die Luzi. Niemand zurücklassen. Schließe das Level ab, ohne einen der vier Charaktere zu verlieren, um 500 Kupfer zu verdienen. Okay. Zweite Chance. Plus ein extra Leben, plus 5 Gesundheit. Okay. Kann ich das jetzt irgendwie auswählen, oder? Deine Karten. Okay. Ziehe eine. Letztes Tier. Wenn du bei kritischer Gesundheit tötest, stellst du eine Gesundheit wieder her. Okay, Nachlade. Übungen. Plus 20 Nachladen. Ausdauer. Kampfmesser. Antibakterielle Salbe. Ah. Ach komm. Nein, nein, Nachladen. Okay. Wow. Hey, hey, hey. Nicht alle auf mich ziehen. Okay. Kommt zu Atem, sammelt euch. Dann verschwinden wir hier. Aber zügig. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ah. Ah, da können wir was kaufen. Gut. Paradina. Das. Ah, super. Ey, wartet mal kurz, Leute. Ich brauche wenigstens eine halbwegs ordentliche Kniffte. Na, komm, wir mal das Ding hier. Ey, Leute, rennt doch nicht gleich weg hier. Sollten wir nicht vielleicht ein bisschen zusammenbleiben? Nur so eine Idee. Er schießt, du stirbst. Na, hat doch was. Hier drüben. Ja, komm hier schon. Die Munition sieht ganz gut aus. Check mich. Ja, toll, wie die hier reingeworfen ist, hier. Oh, Mist. Ja, sorry. Passiert, passiert. Alles gut, bleib locker. Was haben wir hier? Ah, Kupfer. Ich glaube, das kann ich später gebrauchen, um mir dann neue Ressourcen zu holen. Und ich muss sagen, die Kniffte ist nicht so meins. Wir müssen weiter. Den jetzt schon wieder. Okay. ja ich bin schon dabei es aussieht sind alles per zähler ne komm nimm doch die andere Knifte wieder aua hey uhu ja voll ins Feuer oh aua was war das quatschen und dir shooten ja ok ähm wow ja ist ja schön dass ihr hier alle gleich wegrennt Leute wie wär's mit bisschen zusammenbleiben wow ok wenn der Typ erschossen wird geht er hoch endlich mal was was mir gefällt ja ist ja gut komm hab dich mal nicht so ist nur ne Fleischwunde los geht's leute alles klar oh was haben wir hier MP5 ne ist nicht meins dann machen wir mal die Kiste auf und gucken was uns da drin erwartet oh ok ah ne die Optik ist doof ähm wollen wir in diesen Schutzraum oder nicht ja ja wollen wir wollen wir kommen wir schon ich wusste wir schaffen's äh ist ja schön dass du so zuversichtlich bist abgeschlossen ok war gar nicht so übel wie geglaubt Vorratspunkte 18 Stück verdient ok abgeschlossen verbleibende ich bin bereit wenn ihr bereit seid dann bin ich auch bereit ja also in der Beta wird man jetzt gleich so voll ins Gefecht gestürzt und hat irgendwie so ja keine Möglichkeit sich richtig vorzubereiten Sicherheit zuerst schließe das Level ab ohne dass ein das Cleaner mehr als 3 mal außer Gefecht gesetzt wird 500 Kuba ok ne 10 Munition wenn du dann soll das nach Kampf zählt das Dauer das Messer komm nehmen wir das Messer ok 1300 Kupfer was kann ich damit anfangen oder ihr kauft was ja ja das nimmer 10 Munition 7 Magazinaufsatz ok macht mehr Schaden und erste Hilfe geht ok ey hoch hoffman achte auf deine Schusslinie schuss weg mich ladenach spürt es jemand ich spüre es und das ist nicht gut ja au au voll durchs Feuer ich Idiot ja wahrscheinlich die roten Punkte den juckt das irgendwie nicht so den Ogre ok jetzt hat es ihn gejuckt ja dann nimm das mal also mich durch die kennen sich schon ein bisschen aus hier du hast es drauf HR immer noch seht hier drüben ok komm schon oh oh ja klar ups hat er wohl wow 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 macht ihr hier echt Party wa ok bis zu dunkel ich seh nix ok immer auf die glühenden Augen ach komm erst schießen dann zielen ich weiß gar nicht was die an Kugeln eigentlich fressen guck mal hier Kupfer ah immer gut na komm wo muss ich mich kümmern eine Infektion ist das letzte was ich dachten die wären ausgestorben das ist jetzt egal konzentrieren wir uns darauf sofort hochzukommen genau was ich wollte hoffmann achte auf deine Schusslinie was was ich hier in der Nähe ok eine Schrutti flint ne ich war ein stumm gewehr oh oh er nun wieder der Oga ich dachte solche gab es nur im Märchen oder an komischen Bergen ok scheint gereicht zu haben wow rumpel du hast voll vorbeigehen aber ist ok wow warte schön dass keiner bemerkt hat dass hier direkt Zombies neben uns sind au 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 was haben wir hier ok ähm wie was wow alter echt jetzt munitionen kann man immer brauchen was ist das das ton mp munition ok sah mehr aus wie Schrott äh wo seid ihr da seid ihr naja da bin ich halt ein bisschen zu spät ist auch in Ordnung übersp... so blut überströmt sehen wir echt alle aus wie irgendwelche Zombies äh hat eine Vorteile sechs stück tötete infizierte huiuiui huiui ok match bewerten ja aber ok breit und dann wieder warten so warte mal achso da ist einer von uns noch nicht bereit Punkt ja warte los wir warten 1,3 aha schmerzzug alles klar was gut proben ok ich bin der probenbehälter und bring ihn zum ende des levels um 500 kupfer zu erhalten alles klar was haben wir ja schon liebe karten ah ja ok mh gesundheit defensiv plus 5 gesund ah komm hier hermonie bereit genau erstmal shoppen haben wir hier warte mal ah das wird ne 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 machen wir nicht aber munition was kann ich keine munition kaufen warum nicht ich bin anscheinend voll mit muni so jungs ja tut mir leid aber hier muss man sich schon ein wenig konzentrieren na ja tut mir leid das brauche ich was hier heute drin ist abgesägt ist hootflinze hier ja oh ok komperinos ok wo rennt wo rennt ihr denn rum wo rennt ihr denn rum ich wiederhole evansburg ist verloren kommt ihr bei lebenden na da hat aber jemand den notausgang genommen ja ich sehe mal an ich sehe mal an ich sehe mal an ja würde ich ja voll in arsch ach ich freue mich wenn das spiel raus ist das macht irgendwie bock ich meine ich war ja schon fan gewesen von ach gott ähm left for dead was ja eigentlich ja so ähm hinter dir ich habe einen vogel erschossen heil dich am ersten hilfeschrank naja wobei es sieht doch noch ganz gut aus für mich notus du rennst ein bisschen weit vorne ich habe das gefühl hier geht es nicht weiter ja ganz eindeutig für uns tasche okay bleiben wir jetzt alle hier erstmal und warten was da kommt oder oh wo kommst du denn her okay 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 mal renn doch da unten nicht mit also also ich gebe dir deckung da unten aber äh oh was war das der ist doch ach da was bist denn du für ein spinner gewesen oh oh ja ja ich passt doch schon auf eigen gott eine kugel in beiden was ist da schon habe ich mal ok dann verschancen ja ok ok sieht doch schon mal ganz gut aus sorry oder wolltest du den einfach so umholzen ich warte mal auf dich kumpel muni knapp cool nicht cool immer schlecht heute sind nicht so weit vor wo seid ihr seiten ihr jetzt lang ach da klar eine treppe direkt hier und der scotty sieht mal wieder nichts ja ja ich arbeite dran ich bin außer atem danke ach ach türen musste auch noch zu machen naja woher sollte ich das wissen so freunde ich würde sagen an dieser stelle machen wir schluss und wenn es euch gefallen hat lasst gerne like oder ein abo da schreibt ein kommentar das hilft sehr aber hauptsache ihr schaut das video bis zum nächsten mal euer scotty ciao ciao